Während der Reise paaren die sich nicht? Doch, wenn die jetzt lesbisch werden, die Täubigen, die liegen dann in der Ecke und dann fangen sie das Legen an und dann sind sie ja natürlich nicht mehr so für den Vogel, dann interessieren sie sich mehr für die Heimperille nicht mehr so. Das muss man dann unterbinden, entweder sperrt man sie ein oder man lässt sie jetzt machen oder was weiß ich nicht. Die meisten sperren sie dann ein. Ja, es gibt Kolumbofios, die den Pombo separieren, aber er macht das nicht, er lässt sich auf die Vontage und schockt aus. Er sagt, es gibt auch welche, die ihn dann umdringen. Ja, das ist aber auch Sortenbedingten, manche die fahren sich nie. Ja, das ist aber auch hier. Pergunte se ele deixa...